Hey Malaika, magst du Chili? Ja. Ah. Hallo Mama, wo gehen wir hin? Zu Uni? Ah, und wo ist Uni? Ah, und wie fahren wir mit den Eisenbahnen zur Uni? Okay. Nächste Haltestelle, Rotes Kreuz. Oh, hallo. Hallo Leute, ja, ich und meine Eltern. Also meine Eltern haben schon die ganzen Pflanzen erzählt. Und wie denn mal Gewächshaus. Und im Gewächshaus gibt es verschiedene Tiere, also kleine, winzige, die Pflanzen helfen. Also es gibt auch ein paar Tiere, die nicht so Pflanzen mögen und kaputt machen. Aber wie denn im Gewächshaus. Und im Gewächshaus gibt es viele Pflanzen. Es gibt auch viele Pflanzen mit Gemüse und mit Sorte. So gibt es was auch. Magst du Gemüse? Gemüse, so ein bisschen. Ich mag nur Gemüse, die nur grün sind. Was ist das? Was das ist? Ja. Gemüse sind grün und sind Salat. Ja, was ist das für grün Gemüse? Alle, alle Salatgrün, die grün sind. Brokkoli auch? Brokkoli. Salat. Salat. Brokkol. Mure auch? Mure. Ja. Mure mag ich auch. Aber Mure ist orange. Ja, aber Mure mag ich auch. Und Malaika? Nein. Magst du Gemüse? Nein. Nein? Komm, wir gehen zu Papa. Tschüss. Tschüss. Komm, wir gehen zu Trinja. Apa du? Mure mag ich auch, Mama. Undan? Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Komm, Mama. Mure ist das. Mein. Apa? Mure mag ich auch, Papa. Papa, guys? Papa. Okay, wir gehen auf, man. Ja, wie ist das hier? Hallo, ich bin hier. Komm. Wie ist das hier? Mama. Ja? Mama. Hallo, mein YouTube-Freien. Ich bin Daffas. Meine Mama und mein Papa sind Video-Experten. Hallo, mein YouTube-Freien. Ich bin Daffas. Ich meine Chili-Experten. Die machen so schöner Chili. Hallo, Mama. Hallo. Was machst du da? Ah. Oh, ist das Chili? Ja, Chili heißt Chabe in Indonesien. Ach du, Daffasuka? Daffasuka. Mit Chikiri-Kig oder mit Fisch? Fisch, Chikiri-Kig. Malaka, nimmst du die Chili von Mama? Mama, Papa ist Chili. Daffas Chili. Daffasch. Daffas Uhr. Daffaschs. Daffasch. Daffascher. Daffasch. Daffasch. Chilis Daffasch. grün. Schaut mal das. So schöne Chilis, die grün sind. So schöne Chilis. Habt ihr jetzt gesehen, dass die Chili so grün sind? Ja. Es gibt auch andere Pflanzen. Die Chili schmecken gut. Und ich frage jetzt die anderen Pflanzen. Wir fragen jetzt Malaika, ob Malaika Chili schmeckt. Hi Malaika. Magst du Chili? Ja. Und sind Chili scharf? Nein. Bist du dir sicher, dass Chilis scharf sind? Ja. Okay. Malaika hat nur ein Chat erzählt. Chili sind scharf, aber nicht scharf. Die sind scharf, die Chili. Eigentlich gibt es Menschen, die Chilis essen. Und das sind Indonesien. Die essen gern Chili. Mit Reis. Ich frage meine Mama. Sie kommen aus Indonesien und esse gern Chili. Wir fragen ihn. So und da ist sie auch. Hallo. Hallo. You like Chili? Ja, of course I like. Und esst du auch Chili? Ich esse Chili gerne. Die Chili ist total lecker. Kommt sie aus Indonesien? Ja. Dann kommt sie einmal. Da ist sie auch. Dies ist die Chili. Wenn ich vier seit. Dies ist die. Dies ist die. Dies ist die. Dies ist die. Das ist die. Die Chili. Musik Und guck euch mal die Sonnenblume, komm mit Guck mal, die sind so riesig Und lasst ihr ab, Sonnenblumen sind riesig, weil die auch so sind Und guck mal, nur Und das da sind Zwiebeln Was ist das? Zwiebeln Das sind die Rettzwiebeln In Oleden essen auch so gerne Zwiebeln Eigentlich Rettzwiebeln Das fragen wir mal meine Mama Okay, wir gehen jetzt Okay, wir gehen jetzt zu meinen Mama Wo ist aber, wo ist meine Mama? Was ist das da? Das ist Mama Sollen wir uns da hingehen? Ja, okay Dann gehen wir mal da hin Achtung, Achtung auf den Sonnenblumen Rettzwiebeln 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 Sind so wunderbar Rettzwiebeln 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 Ja Und echst du genug Rettzwiebeln Und echst du die gerne Mh-hm Na, mit viel Malz W клиzen Kannst duис normal Ja, Kind Wow Weißt du, eine Riese Wald Ich beschlais Vielen Ein Wald wird voller Ziehmfelsen Die Chili sehen ganz toll aus. Und Malaika, warum esst du so gern Chili? Ja, weil du Chili magst. Hallo, willkommen im Gebütt shop. Und wir zeigen euch jetzt die Chilis. Und die Chili ist so schwarz. Das werden wir euch zeigen. Chili, die sind schwarz von diesen Gebüssen. Auch andere Ruppflanzen sind schwarz. Aber ich weiß nicht, ob es die gibt. Schaut euch mal diese Sonnenblume an. Der ist ja riesig. Die sind auch ja riesig. Und die auch. Wow, die Sonnenblumen sind ja riesig. Und guckt mal euch die ganzen Stanzen. Komm, wir gehen schon in die Sonnenblume. Toi, die Sonnenblume ist schön. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Es hat euch gefallen in Gewächshaus 2 und 4. Und viel Glück. Wenn ihr beim nächsten Mal in ein anderer Gewächshaus geht, dann könnt ihr da hingehen. Viel Spaß und danke. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020